Mit dem Motorrad geht es nun von Namibias Hauptstadt Windhoek durch die Namik und das Seda-Gebirge bis ins südafrikanische Kapstadt. Kilometer um Kilometer durch Sand, Staub und über Fels. Übernachtet wird im Zelt oder auf Lodges. Eine Traumtour durch fantastische Landschaften und nah am Menschen. Musik 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 Wir haben die Grenze von Namibia nach Südafrika überschritten, die Namibüste verlassen und befinden uns jetzt im Cedar-Gebirge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach acht Tagen und über 2500 Kilometern haben wir unser Ziel erreicht. Das Cup der guten Hoffnung, den südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents. Und werden in unserem Outfit und in staubigen Maschinen selbst zum Fotomotiv. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.